Und wir wollen natürlich auch nach Mecklenburg-Vorpommern gucken, denn dort ist ja schließlich auch gewählt worden im hohen Norden. Manuela Schwesig will ja dort weiterhin Regierungschefin bleiben und gucken wir uns die Prognose dort an. Und wir können es sehen. Manuela Schwesig, die klare Gewinnerin in Schleswig-Holstein, 39 Prozent. Sie hat ein Viertel der Stimmen quasi zugelegt. Allerdings die 40 Prozent nach der Prognose zumindest, die hat sie nicht erreicht. Aber ganz deutlich vorne die großen Verlierer bei dieser Wahl sind damit die AfD und die CDU sowie die Linkspartei. Die Grünen, die haben im Vergleich zum Bund und auch zu Berlin zwar zugelegt, aber nur ganz knapp. Und auch die FDP hat es tatsächlich geschafft nach der Prognose und auch relativ sicher mit sechs Prozent in das künftige Parlament in Schwerin. Und da wollen wir uns natürlich auch anschauen. Zum ersten Mal sind jetzt damit auch in Mecklenburg-Vorpommern sechs Parteien, also im künftigen Landtag vertreten. Das ist auch ein Novum dort im hohen Norden. Aber wir haben bisher dort eine große Koalition aus der SPD und der CDU. Wird diese Koalition weitermachen können? SPD und CDU? Ja, das ist eine deutliche Mehrheit von 41 Sitzen. Was es da noch für weitere Bündnisse geben könnte? Ich will mal ganz kurz gucken in Mecklenburg-Vorpommern, ob es zum Beispiel ein Rot-Rot-Grün geben könnte. Auch das würde ausreichen. Also auch da gibt es eine andere Möglichkeit. Also man sieht an dieser Stelle schon, dass diese Landtagswahlen auch in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern weiter sehr interessant sind. Und das gibt für euch natürlich auch eine Menge Diskussionsstoff, vor allen Dingen, weil die SPD auch stark ist. Vielen Dank.